da sind wir lieber wieder meine liebe zuschauer bei 22 und wir stehen immer noch vor diesem tollen rätsel hier ja habe ich irgendwo vielleicht noch einzelteile übersehen die ich erst runter ballern muss scheint aber nicht der fall zu sein vielleicht kann ich das stück hier so einsetzen nein nicht ganz geht mir mal eine minute seit zum überlegen nein sofern das auch nicht stimmen ich habe überhaupt nicht genug stück glaube ich gerade hier habe ich nicht wirklich so vielleicht und so passt auch nicht vielleicht wenn ich so genug dampf habe vielleicht recht das ja komm so so und du musst es jetzt einfach mal da hoch reicht nicht äh was passiert wenn ich hier einfach den schlüpsel drauf mache so dann dampft gar nichts mehr das ist auch nicht richtig so na das ist definitiv falsch es war mittlerweile so rumdrehen so rumdrehen so rumdrehen so rumdrehen und so rumdrehen Mir fehlt noch ein Stück. Mir fehlt hier einfach noch ein Stück, oder? Ist da oben vielleicht noch irgendwas zum... ...runterholen? Scheint nichts zu sein. Also wie soll man mit den Stücken hier bitte was zurechtbasteln? Und ich rätsel hier schon länger als fünf Minuten rum und kriege einfach keinen Tolltipp. Ist so viel dazu. Das dürfte jetzt einfacher gehen. So. So, nämlich. Irgendwie. Dass die Verlängerung hier abgeht. Die da geht leider nicht ab. Kann ich hier vielleicht so was das denn. So, das reicht. Gucken wir mal. Nein, das muss direkt aneinander passen. Mist. Hier unten ist wirklich nichts mehr, was noch hilfreich sein könnte. Nein, das sieht wirklich nicht danach aus. Mist, ey. Aber wo gibt's hier noch irgendwo Dampfrohre vielleicht? Hier unten was vielleicht? Nein, hier unten sind nur die Dampfen, so das Dampfentil. Das bringt uns aber auch nichts. Da muss es jetzt wirklich mit den Teilen gehen, die wir da haben. sowas blödes aber auch. Nein. Nein. Ich möchte dieses Teilpeter auch noch entfernen können, aber kann ich nicht. jetzt habe ich es endlich. Jetzt müsste ich es haben. Genau, und dann noch ist es da noch dazwischen. Dann hat ich erst da dran und dich da dran. So, jetzt aber endlich gelöst. Nach wie langen die Minuten? Versuchen wir es. Und jetzt ist der Mechanismus auch grün. Also dürften wir jetzt das Wasser ablassen können. Jetzt muss ich dich nur noch irgendwie... äh, da drüben behalten. Äh, da drüben behalte ich dich leicht. So, Kiste, halte ich... halte ihn fest. Äh, falscher Hebel. Und der da oben. Das sollten wir trotzdem schnell sein. Um zu verhindern, dass das bisschen das Pass auf die andere Seite treibt. Sehr schön. Und... anspießen, so. Und... hoch. Nächster Save. Äh, nein. Äh, nein. Euch möchte ich eigentlich nicht. Hab ich nicht erwartet. So, geht weiter runter. Hm. Du kannst mir gar nichts mit deinem Schild. Und du erst recht nicht. So, fliegt auch weg. Oh, auf der anderen Seite war das glaube ich noch einer. A2 sogar. Blast dich in Ruhe und sterbt einfach. Ach, jetzt kommt ihr Zwerg ja auch noch. So. So, war's das jetzt. Ah, sehr schön. Damit leiten wir die Säure um. Äh. Na, das war nicht so gedacht. Aua. Da oben können wir auch lang und ich versuche mich hier mit dem Ding hier abzuquälen. So. So. Sind wir bald mal durch dieses Horrortheater hier durch. Ich mag langsam nicht mehr. Wow. Ah. Na. Das war jetzt nicht so geplant. Die hat heute auch kein Zielwasser getrunken. So, jetzt aber. So. Gut. Äh. Diese komischen Blobs da will ich da nicht haben. Wenn ich mich da schon lang schwinge. Das war nicht so gedacht. Aua. Boah. Das war auch nicht so gedacht. An der Stelle brauche ich jetzt etwas Konzentration. Äh. Oder. Oh, nebenbei. Hier ist ja wieder was zu lesen. Rosi. Herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden. Isabel. Hm. Warum auch immer das hier unten steht. Na komm. Den Felsen ziehen wir mal hier rüber. Wo war denn das Ding da? Äh. Spring mal drauf. Aber. Das war nicht so wie ich es wollte. Ich wollte, dass du gedreht wirst. Äh. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Okay, du kannst wieder hochkant gestellt werden. Ist mir lieber. Und du sollst sie nicht in die Richtung schieben. Äh. Sehr gut. Und hier müssten wir ein Sammlergemälde jetzt finden. Sammlergemälde gefunden. Oh, hier eine Brücke. Und schöne Wasserläufe. Und hier hinter ist noch ein Hebel. Den ziehen wir mal bitte. Und jetzt wird die Säure auf. Auch gut. Wieder mal Sprungpilze. Noch mehr Säure. Äh. Wozu auch immer das gut sein soll. Äh. Außer. Oh. Oh. Ich bekomme dabei langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Was? Bei dem Geruch? Bei der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen... ...Dingern. Und wir werden wieder angeschraubt von diesem... ...was auch immer. Na danke. Danke. Was war das jetzt für eine Aktion bitte? Geh weg, Säure. Genau. Zieh dich zurück. Das ist gesünder für dich. Das ist gesünder für dich. Äh. Wer? Auf acht. Hau ab So, jetzt lässt es das Viehweh, es ist mal in Ruhe Das produziert also die ganze Säure Äh, was ist das? Das ist Isabel Okay, ab in den Spiegel Während sie versuchten Ihr Königreich zu retten Wurden die Helden in ein Durcheinander Von Intrigen und Geheimnissen gezogen Die Helden Traten durch Rosabels Spiegel Um dem trügerischen Schatten Von Isabel zu folgen Als sie das Portal passierten Spürten sie eine eiskalte Berührung Die ihnen bis in die Knochen fuhr Der Eiswächter Klingt nach einem weit entfernten Ort Aber bevor wir uns in dieses stürzen Mache ich erstmal wieder einen Cut Bis gleich